einen wunderschönen guten tag und ein herzliches willkommen auf der landes um so es geht weiter jetzt hier weiter wieder das war ganz kurz so Ich bin ja mal gespannt, wie viel Gras jetzt hier runterkommt. Da hätten wir ja voll gedüngt und alles drum und dran. Oh! Soh, soh, soh. Jetzt natürlich gerne anders gehabt, aber, also noch größeres Gras, aber, ja, ich kann jetzt nicht mehr lange, länger warten. Ich brauche Heu und, ja. Dementsprechend. Was können wir jetzt jetzt tun? Gucken, wie weit wir jetzt in der Folge schaffen. Aber wie gesagt, ja. Soh, soh, soh. Soh, soh. 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 Ach, hier weiter, Leute, Leute. Leute, 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 Leute. Ja, so dolle wird es nicht sein, aber besser als, ja, besser als kein Nachwuchs im Heulager. Ja, wenn hier nochmal vielleicht auf den beiden Feldern, ja, so 20 Ballen dazukommen, ist doch, das ist doch voll in Ordnung. Jedenfalls sehe ich das so. Okay. Okay. Over. Okay. 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 Alright. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, geht doch. Achso. Ja, ich mache gerade mit VCA GPS und nicht mit normalem GPS. Ich bin dann aber so gewohnt, mit dem normalen GPS zu fahren. Aber mit dem Ding hier ist es tatsächlich... Hä? Muss man nicht verstehen, oder? Oh Gott, X, V. So, dann fahren wir jedenfalls schon mal rüber. So. So. Oh, hey. Muss ich hier ausschalten. Oh, dann haben wir hier die... Äh, äh, wir holen jetzt mal rein. Oh, hier ist schon rein. Ne. Hier sind wir noch nie rein. Aber hier... Aber hier... Oh Gott. Klappen. Klappen. Und Start. So. Wie gesagt, ja, das Feld ist ein Tick größer als, äh... das andere, was wir gerade gemacht haben. Ligonack. Dann kann es nicht raus. Bisschen. Alle. In. 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 Ach, Leute. Oh Gott, dafür das hier gar nicht, aber das ist halt der letzte Schritt im Jahr. Oh, in der nächsten Folge werden wir auf alle Fälle das Innenfeld hier fertig machen. In das Meisfeld, Färtsch, Dreschen. Das werden wir locker in der Folge schaffen. Ja, heute ist Livestream. Vielleicht bin ich auch schon live um die Uhrzeit, ich weiß es nicht. Muss ich noch gucken. Aber ich glaube, es wird eher gegen 18 Uhr, 18, 19 Uhr rum. Oh. 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 Das war nichts. Aber gut. Aber das soll es dann noch für die Folge gewesen sein. Ich hoffe doch, es hat euch Spaß gemacht. Und lasst gerne ein Däumchen da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht vorhanden. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.